Hallo und Sawadee Kap, ich habe eine erfreuliche Nachricht für euch. So, für alle, die nach Thailand wollen und ein Visum brauchen, das mache ich für euch. Ihr braucht nicht mehr zur Botschaft. Ich mache alles für euch. Ich habe eine erfreuliche Nachricht mit einer meiner Partnerfirmen in Deutschland. Machen wir jetzt einen Vollservice. Wir machen für euch das Touristenweser in Deutschland. 60 Tage, so, das könnt ihr in Thailand ja verlängern. Und ihr braucht nicht mehr zur Botschaft. Ihr braucht keinen Antrag abgeben. Ihr braucht den Pass nicht abholen. Unsere Partnerfirma macht das alles für euch. So, dieses Angebot gilt aber nur. Weil es gibt immer so ein paar schlaue Leute, die haben tausend Fragen und hier und da. Ach, Hotel würde ich auch gerne. Und dann sagen sie, ach, ich habe aber irgendwas noch billiger gefunden. Dieses Angebot gilt nur als Vollservice. Wir machen für euch das Visa. Wir machen für euch das COE. Okay, wir buchen für euch das Hotel und wir buchen für euch die zwei Covid-Tests. So. Das ist also das Vollpaket, was ich euch anbieten kann. Wenn einer kommt und sagt, ich will aber nach Bangkok, okay, wir machen es auch. Wird es dann aber ein bisschen teurer. Nur, wenn er das Visum haben will. Also, diese gute Nachricht, ob du in Hamburg bist, nach Berlin musst oder nach Frankfurt, ist egal, wo du wohnst in Deutschland. Wir machen das Visum für dich. Kontaktiere mich. Unten ist die E-Mail-Adresse drin. Und dann reden wir alles. Und, ja, dann geht's. Wir brauchen aber vier Wochen Vorlaufzeit. Das ist zwar nicht so lange. Wir müssen auch einen Termin beantragen. Wie jeder andere. Das kann nach einer Woche sein, nach zwei, nach drei. Aber du solltest vier Wochen das besser vorher machen. Sobald wir da waren bei der Botschaft, wenn wir Glück haben, kriegen wir es am gleichen Tag oder zwei Tage später. So, wenn ihr jetzt fahrt, zum Beispiel von Hamburg nach Frankfurt, seid ihr ein Tag unterwegs. Wenn ihr den Termin habt, dann braucht ihr ein Hotel zwischen ein und zwei Tagen und dann fahrt ihr wieder zurück. Dann wisst ihr, was das kostet. So, kontaktiere mich. Und dann schreibe ich dir was. Oder wir telefonieren, wie wir das machen und was wir von dir alles brauchen. So, wir haben mal ein kurzes Video. Kontaktiere mich, wenn ihr Interesse habt. Kontakt, aber kommt bitte nicht an mit so dummen Fragen. Entweder machen wir einen Vollservice. Oder wenn ihr sagt, ich nehme Vollservice oder ich will nur das Visum haben, dann ist es auch kein Problem. Aber das möchte ich im Voraus wissen. Brauchen wir die ganze Zeit nicht da rumzukriegen. Ne, dass ich dann tagelang mit euch rummache und dann sagen sie, ach, Dankeschön. Ich brauche doch kein Visum. Ich fahre so. Alles klar. Das ist wieder mal der Dieter. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like. Abonniert meinen Kanal. Sobald ich was Neues höre, kriegt ihr dann Bescheid, wenn ihr die Glocke aktiviert habt. Bing, bing. Bing, bing. Untertitelung des ZDF, 2020